Alles Leben ist Chemie. Normalerweise werden chemische Reaktionen in solchen Kolben durchgeführt. Aber wir machen sie in deinem Körper. Wir sind Velax Technologies und unsere Mission ist die Freisetzung und Wirkung von Arzneimitteln gezielt im menschlichen Körper durch chemische Reaktionen zu kontrollieren. Mittels unserer molekularen Technologie entwickeln wir neuartige Wege für die diagnostische und therapeutische Behandlung von bösartigen Erkrankungen. Hierbei schicken wir maskierte, inaktive Wirkstoffe mit sogenannten molekularen Taxis in den Körper. Diese reichen sich gezielt nur im erkrankten Gewebe an und können selektiv nur dort freigesetzt werden. Damit verringern wir drastisch die Nebenwirkungen und die Toxizität in anderen Regionen des Körpers, wie man es leider beispielsweise von Chemotherapeutika kennt. Unsere Technologie führt diese Freisetzung äußerst schnell und in beispielloser Effizienz durch. Damit erzielen wir eine bis dato unerreichte Präzision und Sicherheit, die uns von anderen Unternehmen abhebt. Mit unserem einzigartigen Team bringen wir unsere Chemie zum Leben. Denn alles Leben ist Chemie.